Der FC Bayern München hat einen neuen Publikumsliebling, James Rodriguez, 26 Jahre alt und designierte Verstärkung im Mittelfeld. Kaum ein paar Tage in München und schon sind die Fans aus dem Häuschen. Über 32 Millionen Follower hat der sympathische Kolumbianer auf Instagram und auch die Töchter von Vorstand Rummenigge sind hin und weg von James. Das habe ich heute schon von meiner Frau und meinen Töchtern gehört, er sieht gut aus. Dieser weiß sich und seine Familie medial perfekt in Szene zu setzen und die sozialen Medien für sich zu nutzen. Er hat auf Instagram mehr Follower als neuer Vidal, Alaba und Boateng zusammen, harte Konkurrenz also auf dem Platz und jetzt wohl auch im Netz.